Moin moin, mein Name ist Käpt'n Heinrich und Gesundheit. Wir spielen wieder die Vampir-Küste. So, er ist gerade, Harkon ist gerade ein Narzisst, kann ein Zauberbeschoss, also ein Windzauber, Typ Windbrachen. So, wir haben uns jetzt ein bisschen bewegt. Ich habe aus dem Süden her jetzt unseren Elisa-Peter hochgebracht, damit er hier mal ein bisschen in Sitz bleiben kann. Es ist schon nämlich, ja, ich habe da nämlich ein paar unten gewartet, bis, sage ich mal, die öffentliche Ordnung so 9, 11 plus hoch war und bin dann weggegangen und dann ging er halt wieder rapide runter. Ich habe jetzt hier angefangen, ein Gebäude, hat auch gemacht, zu bauen, was die öffentliche Ordnung steigt. Das ist, glaube ich, aber nur für die Provinz. Jetzt hat er sich hier getraut, hier wieder runter zu kommen, hat uns aber nicht den Krieg erklärt. Die sind doch alle gerade irgendwie alle angepisst, keine Ahnung warum. Oder, ach nee, ich habe ihn angeklickt und gegenüber uns ist er zu freundlich. Die Orks kommen ja komischerweise auch zurück. Sie sind ja erst ein bisschen hingeplätschert, dann sind sie zurückgekommen. Und er sollte hier sabotieren. Fehlschlag, na gut, habe ich mit gerechnet. Hat alles aber aufgestiegen und vielleicht gehen wir doch erstmal drauf. Nee, komm. Erfolgsschank 1%. Machen doch er, glaube ich, erstmal kurz weiter. So, dann... Genau, greifen wir jetzt an. Höh? Er hat viel bessere Einheiten als wir. Alter, Harpien. Ja, nicht wundern, Mathilde ist ein bisschen krank. Die zockt auch gerade was. Beboostet halt, ist krank, ist halt so. Müsst ihr euch nicht wundern. So, schwarze Kursarum. Ich hätte gesagt, wir haben keine Chance. Oder, ich sehe sehr schlecht aus, aber das EKI sagt, dass wir eine größere Erfolgschance haben. Vielleicht habe ich die auch einfach die ganze Zeit überschätzt, weil wir am Anfang halt wirklich nur Grotteneinheiten haben. Dass alles besser ist als unsere Einheiten. Kursaren der versunkenen Länder. Schauen wir mal. Auf dem Schlachtfeld waren wir doch schon, oder? Habe ich doch hier die Karsenone aufgestellt. Ja, genau, das ist dieselbe Karte. Dann machen wir das doch. Äh, Kanünchen mit Hönchen. Sag ich immer. Ja. Er muss wahrscheinlich kommen. Unsere Queen Bethy wird wahrscheinlich bis dahin hinkommen. Ähm... Wir könnten versuchen. Fies zu sein. Vielleicht klappt das ja. So. Ich baue wieder so meine Spitze. Was? Wenn wir da... Die Schüsseinheiten lassen. Das machen wir ein bisschen weiter vor. Dann können wir dann schön wieder zurücklaufen. In die Mitte. In die Mitte. Da haben wir was vergessen. Dann haben wir jetzt... Ich mach das jetzt mal so. Ich pack sie seitlich hin, falls er mit seiner Kavallerie uns flankiert. So, mein Plan ist, wir haben hier hinten Einheiten versteckt. Da Einheiten. Wenn er frontal angreift, können wir so noch ein bisschen von der Seite kommen. Und ihnen hoffentlich Schaden zufügen. So, mein Plan. Ah, sie kommen auch. So, Queen, 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 Queen. Ist schon in Reichweite. Die können echt lang, wenn wir weit schießen. Nee, nee. Ich mach mal folgendes. Alle Kanonen auf ein Ziel. Gucken wir uns die mal an hier. Ah, falsch. Hier hin wobei. Ja, nice. Wenn jetzt noch die dicke Queen kommt mit dem Schuss auf diese Einheit, ist sie weg. Schade. Nicht ganz. Aber so funktioniert es gut. Macht Spaß. So, vielleicht machen wir nochmal auf die Flanke. Dass wir die linke Flanke ein bisschen geschwächt haben. So, und die schießen immer auf irgendwas. Ah, okay. Okay, unbedingt. So. Wartet. Jetzt kommt die Queen Musch. Ihr müsst das. Ihr seid ja sehen müssen. Ich sag Queen Musch und dann guckt die mich einfach an und setzt sich hin. Möchtest du jetzt neben meiner Maus sitzen bleiben? Das stört dich nicht. Oh, sie möchte sich noch breiter machen. Ja, leg dich auf mein Mauspad. Kein Problem. Ich mach Platz. Platz für dich. Achso. Achso. So, ähm, mal gucken. Naher springen uns die Katze noch auf die Tastatur. Queen Musch bleibt da liegen. So, die Einheiten sind noch nicht gesehen worden. Wir warten. Schön. Schön die Flanke. Dann werden sie wahrscheinlich weniger gesehen hier. Schön laufen alle. So, ich mach mal kurz auf Pause. Wir machen mal kurz auf die Kamera tiefer. Ähm, Pause. Ich will jetzt meine Einheiten genau hier. Ihr solltet jetzt hier schön hinterkommen. Hop, hop, hop. Heute noch statt morgen. Und wir können gleich Einheiten verfluchen. Das klingt ganz gut. Verfluchen wir immer. Achso, und wir haben sowieso noch hier die geile Attack, ey? Ah, die laufen. Scheiße. Dann warte ich, bis sie nächstes Mal im Nahkampf sind. Was ist das denn geiles? Wasserschaden, okay. Und das ist so gedacht. Nicht so gedacht. Scheiße. Mit dem Nahkampf. Oh, die kämpfen schon quasi. Ups. Wurden entdeckt. So, Kanonen bitte auf ihre Fernkampfeinheiten. Die nerven. Star aus, der läuft auf die Kavallerie. Die nervt. Und dann bitte auf die nächste Nahkampfeinheit. Äh, Fernkampfeinheit. So, lacht mir da was ab. Irgendwie nicht, ne? Ah, die rennen wir irgendwo hinterher. Bitte auf die Kavallerie. Alle auf die Kavallerie bemerkt. Kann Höhntchen mit Höhntchen. Auf die Einheiten. Die formieren sich gerade wieder. Genau, ihr auf die Kavallerie. Habt ihr schon richtig gesehen? Und da wird gleich die... So, wo ist mein Held hier? Nahkamp. Attacke. Attacke. Niemand soll überleben. Auf den Anführer. Und ich glaub, das war doch ein guter Sieg. Okay, ich hab vielleicht noch unsere Armee ein bisschen unterschätzt. Leider ist die rechte Flanke aufgedeckt worden. Das ist aber nicht so schlimm. Die Mitte war, die müssen wir mehr verstärken. Die beiden Einheiten, die haben's einfach nicht geschissen gekriegt. Obwohl die stärker sind, denke ich mal, als die normalen Piraten, äh, diese Zombie-Deckarbeiter. Ähm, oder wir müssen einfach statt zwei Einheiten vorne drei packen. Jetzt weiß ich nicht, ob die Einheit jetzt komplett besiegt ist, oder... Ach, der hat auch hier noch, äh, was gehabt. Das hab ich gar nicht gesehen. Wir haben 249 Verluste. Die Kolosse, sag ich mal, die starken Einheiten und halt auch die Artillerie. Joa, hat nix verloren. Die Infanterie bei mir, die billigen Einheiten haben was verloren. Sie sind schlimm. Das heißt, wir können gleich nachsetzen und die Kursaren, ähm, gleich komplett vernichten. Die Oceans rojeln constantly, shifting, concealing, hiding secrets beneath their murky depths. The living have no place in the dark deep of the sea. Only the dead can scavenge here. Wolfheart's ship, a vengeance left unfulfilled. But that was not all the captain left behind. There it gleams amidst the carcass of the ship. A harpoon of tempered star metal. The only weapon strong enough to pierce the heart of Ammona. The harpoon is plain. But the charms that made it so potent have been washed away. There is much to do before the weapon can be used against the beast. Okay, haben wir schon mal einen Teil, um dieses Monster Ammona zu besiegen. Die Armee besiegt, das gibt 7000 Punkte. Die Suche nach dem Frag der Vergeltung ist im Gange und mit Hilfe der Karte, die wir uns aus dem Laden in Sartosa bekommen haben, sind wir in Richtung der flachen Gewässer von Drachengrad gesegelt. Bei unserer Ankunft haben wir allerdings ein Schiff mit der Flagge der Cousaren der versunkenen Länderenten. Was diese Piraten ausgerechnet hier machen, ach, hat sie mir eh gekillt. French vernichtet. Ja, Fraktion vernichtet. Und wir haben jetzt ein bisschen Geld. Ja, Green, Musch, alles gut. So, mit dem ganzen Geld können wir Pockenmarsch ein bisschen aufbauen. Häfen können wir verbessern. Könnte Helden rekrutieren. Aber natürlich mehr Wachstum wohnen. Amor. Was ist denn das? In den Hafen. Kriegen wir hier. Na, Tellerie handkannen. Hm. Hier, ich baue das einfach mal. so, und dann wieder auch eigentlich schon wieder Leite. Irgendwas, was hier vielleicht können wir uns hier mit den Orks anlegen. Ashuk, der Blutige. Auf welchem Platz ist der? Ashuk, der Blutige ist auf Platz 15. Den sollten wir hinkriegen. Den holen wir uns jetzt. er hält uns die Treue immer noch mit sieben. Er braucht mehr Erfahrung. So, faul Natur. Was immer noch mal? Lombier. Schützen. Die besser schießen, aber wir machen erstmal hier, die Kanonen sind wichtiger. Mehr Geschossschaden und mehr Munition. Gut. Kann er noch schneller singen. Nämlich mit den Orks anlegen. Ach, da unten hätten wir nochmal Sternsturm vielleicht noch ein bisschen schwächen können, damit die Rebellen vielleicht mal Sternsturm übernehmen und ich legal quasi ohne gegen die Nachbarn Krieg führen kann. Er traut sich, das ist nämlich der Grund, warum er immer hin will, aber er kriegt immer wahrscheinlich zu viel Schaden, dass er wieder zurückrennt. Achtung, Mikro. Dass er zurückrennt und seine Einheiten halten, wie wir es gerade gesehen haben. Ja. segelt mir entgegen. Wunderbar. Technologie wurde erforscht. Mörser, Kanonaden, Deckschützen und Greenbeth haben 10% mehr Schaden. Perfekt. Das noch kurz vor der Schlacht. Na gut, die sind fast verwundet. Ich bin ein Schisser, ich speicher nochmal. Mal verloren, haben wir verloren, aber. Ich auch. Speicher, wir werden zu wenig. Attacke. Der blutige, der Aschhock, da hat er keine Chance. Ich versuch trotzdem mal. Das geht ja schnell, dann haben wir wahrscheinlich da auch ein Pirat eliminiert, denn er hat da weniger Wasser vor meiner Küste. Ist mir schon mal schön. der hat sehr viel Kavalerie, das Wolfsreiter und so. Meine Rock, Moscher, zwei Trolle, zwei Katapulte, die leicht mit den schnellen Einheiten oder halbwegs schnellen, die wir haben, irgendwie vorbeikommen. Aufstellung starten. Mit euch, ne? Wir können uns ja quasi hier hinstellen. Ich lasse das diesmal so. Vielleicht starten. So. Den. Erstmal in die Mitte, danach hauen wir hier die weg, damit die rechts von mir nicht so gesehen werden. Punkt. Ging irgendwie komplett daneben. Der hat noch sein Schiff. Ah. Schade, sitzt nicht. Ja, so Kavalerie zu treffen ist natürlich schwerer. Schade. Dann auf das Zentrum. Dann werden jetzt unsere Leute entdeckt. haben wir ein, zwei Trolle erwischt. Ne, die stehen wieder auf. Schade. Ah, vielleicht dann doch mehr oder weniger auf die Trolle. die flüchten. Und die flüchten auf die Nächsten. Das sind aber jetzt die Ork-Wildschweinreiter. Die werden wahrscheinlich da keine große Chance haben. Und ihr positioniert euch einfach schon mal hier so ein bisschen. Auf die Trolle. Auf die Trolle. Auf die Trolle. Auf die Trolle. Oh, er kommt durch. Kacke. Ja, er kommt durch. Voll Action. Auf die Infantrie. Und wieder auf die nächste Infantrie. die haben noch diesen Schiff-Zauber. Ne, der kommt jetzt nicht hin. Können wir den nicht. Genau, okay. Nicht über ihn in Einheiten. Ahoy, ihr Seemänner. Was er nur was bringen mag. Oh, die leben. Attacke. Jetzt wird zurückgemorscht. Oh, das war's schon. Bei den Anführern wollen wir noch platt machen, oder? Damit die ja ohne Führung bleiben. Der Feind immer einfacher zu töten. Haben wir. Okay. Huge. Also jetzt mit der Queen-Kanone bin ich mir noch irgendwie sicher auf dem Schlachtfeld. 154 Verluste der Feind hat 345. Ja, war okay. Wir haben ihre leichten Cavalry-Einheiten gut aus dem Konzept gebracht. Und, äh, die Leichenhain-Zug-Volge hießen kam auch ganz gut. Diesmal packen wir was in die Schatzkammer. Oh, er lebt noch. Er lebt nebenher. Mission erfolgreich. Perle des Krakensees. Besiegt die Armee folgende Schlacht. Ah, okay. Einfach nur besiegen. Haben wir gemacht? Wir müssen jetzt nur noch ausmerzen. Und das machen wir jetzt, würde ich sagen, mit der Autoschlacht. Mit der Autoschlacht. One for you, two for me. Das macht man diesmal Treue. Und die Fraktion ist ebenfalls vernichtet. Läuft. Guter Harkon. So. Dann darfst du mal an den Hafen ranfahren. Nicht eine Runde ausruhen. Und wir haben jetzt hier auch dann, ja, Schaden für Kanone. Zack. Voll aufgerüstet. Wie sieht's hier aus? Minus öffentliche Ordnung, gerade null, aber sonst minus 26. Es kommt keine neue dazu. Ist ja schon mal was. So, wir haben noch Geld. Ich darf es dann gerne mal hier was mit anstecken, was kaputt machen. Erfolg. Wenn der jetzt schlau ist, könnte er ja vielleicht Sternenturm angreifen, wenn man gerade die Verteidigung kaputt gemacht habe. Reingucken. Ne, irgendwie nicht. Schade. Doch, irgendwie da, die Verteidigung ist kaputt. Schön. Natürlich ist es ein gegnerischer Held, der kann natürlich meinen Helden platt machen, aber so, hier können wir die Verteidigung ausbauen. Dann sind wir quasi mit Blutsümpfe durch. Dann haben wir da alles auf Maximum und das mache ich auch. Dann brauchen wir da keine Einheiten aufheben, dann sind sie einfach gut geschützt. Zusätzlich können wir weiter erforschen. Wir können hier mal Immun gegen Verschleiß, Sturm und Riff und dann kriegen wir wahrscheinlich zusätzliche Admirele. Dann könnte man langsam mal eine dritte Armee gründen, die aber auch nur zehn bis zwölf Einheiten hat. Und dann ist unser Lothar mal ein bisschen mobiler, dann können wir nämlich den mal weiter hinausschicken und mehr wieder nach Schätzen suchen. Jetzt haben wir nämlich hier ein bisschen aufgeräumt und wir haben hier echt noch gut was zu tun. Teile der acht, das waren Teile von den Piraten. Zwei haben wir bisher erhalten. Das waren halt andere Piraten, die wir eliminieren sollen. Aber da waren noch echt harte Brocken dabei und die Schatzkarten hätte ich auch gerne noch alle. Das heißt, das wäre das Einfachste, glaube ich, erst mal da runter aus dieser Insel. Achso, und die haben wir auch noch gar nicht gefunden. Und einfach da weitergehen. Okay, ich würde sagen, wir machen erstmal die graben, dann nächstes Mal hier ein bisschen rum, bis wir die Karte finden. Quasi in dieser Ebene. Muss das... Ach, Lothar ist ja sowieso gerade bei den Blutsimpfen. Ja, das können er quasi graben, dann mal ein bisschen rum. Weiter. Die werden es bestimmt nicht toll finden, wenn wir da einfach mal rein marschieren. Aber hey, wir sind der Nachbarn. Da kann man mal ruhig in den Nachbarsgarten reingehen oder blumen. Das wäre nicht so schlimm. Ne, einfach mal so bei den Nachbarn reinmarschieren in den Garten. Das ist schlimm. So, er macht es auch, was ich gesagt habe. Es ist ja noch besser. Der Verfall eures Verstands ist noch immer die größte Gefahr für euer Imperium Exzellenz. Ihr müsst euch nun stärker darum bemühen, eure zersplitterte Psyche wiederherzustellen. Wie mache ich das? Keine Ahnung, wie ich das mache mit meiner zersplitterten Psyche. So, Amarna hat da hinten angegriffen, ist okay. Aufgabe erteilt. Suche nach dem Slangold für Luther Harkon. Luther Harkon sucht nach Jahrzehnten nach, einen Weg zu seine Bindung zu den Winden der Magie wiederherzustellen. Vor vielen Jahren störte er die Ruhe einer alten mit mächtigen Glyphen versiegelten Kammer, wie es ihm damit rächte, indem sie in die Kräfte entzog. Er verlor nicht nur Zauber Fähigkeiten, sondern befand sich zudem durch die Splitterung des Verstands am Rande des Wahnsinns. Luther ist sich seiner mentalen Schwächen bewusst und erkennt, dass er nicht länger riskieren kann, in einem entscheidenden Moment die Kontrolle zu verlieren. Es könnte den Unterschied zwischen Sieg und Niederlage ausmachen, wenn eine seiner schwächeren Persönlichkeiten während eines Kampfes die Führung übernehmen würde. Im schlimmsten Fall könnte eine solche Entwicklung sein Verderben bedeuten. Er entscheidet, dass ein fläger Erster Offizier das Kommando seine untoten Besatzungsmitglieder übernehmen soll, falls er zu einen ungünstigen Zeitpunkt Angring kriegen aber nur da irgendeine Fähigkeit zu verstärken. Ja, mal wieder zurück zu unserer Karte. Können doch schon ein bisschen runter marschieren. Du kannst dir halten sich ja auch. So, hier hat leider der Aufstand verloren. Schalen sehe ich Grund mehr dass du quasi da rum reifst. Nur noch minus 26 Aktion angetroffenen. Die gesenkte Furcht. Mit einem Metall Bikini Ja, Prinzessin oder Queen Mush. So, dann war's das. Lassen wir noch mal eine Runde warten. Ah, guck mal an, da ist ein Feld. Wir hätten doch schon mal nach einem Schatz gegraben. Was ist das? Provinz Belände Dschungel. Cool. Ah, vielleicht müssen wir da hin und graben. Das ist mir gar nicht so aufgefallen. Ich dachte, das sind so ein bisschen Wege oder so. Gehen wir da hin und graben mal. Das machen wir nochmal schnell. Ah, Katze versteckt sich, okay. Ja, ich sehe dich auch dahinter. Hallo. Lässt du den Chewbacca in Ruhe? Musch. Lässt du Chewbacca in Ruhe? Du hast ihn schon ein bisschen aufgekratzt. Hm? Hör auf, den Chewbacca zu ärgern. Ja, komm her. Die Queen Musch braucht Aufmerksamkeit. So. Mogelspieler haben wir ausgebaut. Kommen wir da hin in einer Runde? Nö. Ja, sind sie ein bisschen sauer, wenn wir jetzt einfach da lang gehen. Wo ist das? Wenn wir da schon graben, geht das? Gucken wir einfach mal. Schatzsuche gescheitert. Okay, wir gehen in der nächste Runde nochmal dahin. Ist hier irgendwas besonderes? Nö, kein Königs bauen. Geld haben wir eh zu wenig. Und er, jo, der kann ja mal bieten. Oh, da ist die Fraktion, die wir angetroffen haben. Gut, die wollen bestimmt keinen Krieg mit uns. Ach, was ist denn da alles? Ey, es ist ein Skaven. Dann haben wir hier noch irgendwie eine Rebellen-Org-Armee oder die auch Skaven. Jo, denen geht es ja ganz schön schlecht. Mir aber egal. Dann sehe ich erst recht keinen Grund, dass sie uns hier angreifen. Weiter. Na, nächste Runde sind wir dabei ein Symbol, dann buddeln wir da nochmal. Ja, interessiert mich nicht. Die Skaven sind nicht unser Problem. Ich glaube auch nicht, dass sie unser Problem werden, weil wir wollen ja nicht uns groß ausdehnen. Wir wollen ja einfach nur klein bleiben und unsere Schätze finden, unsere Macht wiedererlangen, unsere Armee ausbauen. Geh nochmal fünf Meter dahin. Da buddeln wir jetzt noch. Erfolg! Findet den versteckten Schatz, indem ihr das Rätsel der Schatzkarze löst. Und mit eurer Armee bla 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 Helden. Ach, Helden geht auch. Ach, ist das schön. Es ist nicht das X, das den Fundort markiert, sondern das Gekritzel von Alten, die längst verloren drauf waren. Okay. So, 1000 Gold. Wir erbärmlich. Wir hatten doch hier einen Helden, ne? Warte mal ganz kurz. Und wir haben doch noch eine Schatzkarte, die so bis in der Mitte war. Flüsse. Flüsse. Okay, was jetzt gucken wir mal von der an der Insel parallel zu der Insel. Okay, das heißt hier in diesem Bereich irgendwo. Schicke ich den jetzt da einfach mal hin. Dann ist der rundenlang beschäftigt und wir können unsere Hauptarmee wieder verpieseln. Ich will langsam die Provinz haben. Ich glaube, wir werden die jetzt angreifen. Ich weiß nicht, wie viele in da rein die haben. Kann man das irgendwie erkennen? 3, 4 auf jeden Fall. Warte mal, wir können hier auch einfach mit Harkon einfach darüber und greifen direkt an. Zack, fertig. Das werde ich jetzt die nächsten 2, 3 Runden machen. Und dann war's das, würde ich sagen, für diese Runde. Können wir was bauen. Bockenmarsch, hätte ich gerne mehr Verteidigung. So, genau. Ja, dann sind wir quasi durch mit der Runde. Ich würde die nächsten 2 Runden einfach erstmal laufen. Unser Help muss ein bisschen laufen. Unser Samuel muss laufen. Harkon muss laufen. Und ja, da sind sie erstmal ein bisschen beschäftigt. Ich hoffe, es hat euch soweit gefallen. Wäre ganz nett, wenn ihr mir einen Kommentar oder ein Like da lässt. Ansonsten wünsche ich euch noch viel Spaß. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Tschüss.